So, weiter geht's hier. Und ich hol euch ein. Das schwöre ich euch jetzt. Jetzt hier und jetzt. Ich will Erster werden. Ich glaube, das werde ich nicht. Ne. Vielleicht ja doch. Könnte knapp werden. Aber es ist schabbar locker. Erster Tag. Und geschafft. Und geschafft. Ich überlege sogar, habe ich auch schon... Ja, in vierter Mal geschafft. Tja, ihr habt mich nicht enttäuscht. Doch, ein paar ist weg. Was redest du da, Big? Nun, erst waren sie alle hier und dann waren sie alle nicht mehr hier. Ich glaube, der König wollte hier sein. Eggman und der andere Typ wollten das nicht. Also sind sie weg. Es führt. Hast du gesehen, wo sie hin sind? Wahrscheinlich irgendwo hin. Was ist denn die letzte Festung? Komm mit und ich mache eine Führung. Die letzte Festung. Der große Showdown. So. Ähm... okay... Ey, da muss ich immer noch einige Sterne holen... Alles... Krasser Scheiß... okay... Und er sieht sauer aus! Krüfte, ich bin bereit! Das ist nur im letzten Kapitel! Der Motor ist wertlos! Er ist noch nicht fertig! Wertlos? Nicht fertig? Was schwafelst du denn? Die Fahrer haben das Rennen eingestellt. Und ohne Rennen kann ich nicht genug Mega-Team-Energie sammeln. Und ohne diese Team-Energie kann der Motor nicht vollendet werden. Ich kann absolut nicht! Du hast Dodon-Paar entführt und die Rennen abgebrochen! Du hast die Fertigstellung des Motors gestoppt! Lass doch die Schuldzuweisungen! Wer kann schon sagen, wer Schuld hat? Ich? Ich? Es ist alles deine Schuld, Chad! Schnauze, Q-Bot! Die wichtige Frage ist doch, wie lösen wir das Problem? Wir wissen, dass du da drin bist, Eggman! Lass Dodon-Paar gehen und wir sind gnädig! Das war wohl die Antwort! Du willst Dodon-Paar, Sonic? Fahren wir um die Wette! Das war wohl die Wette! Das war wohl die Wette! Turbine-Lop! Ja, ich werd gleich mal nen Cut machen müssen, weil irgendwer schon wieder mich gestört! Typisch! Naja... Ich mach gleich mal weiter! Lende-Lade-Pause ist zu Ende! What the... Mir gefällt die Idee eines Rennens auf Eggmans Heimstrecke nicht! Okay... Ne, Leute, ähm... Ich mach gleich mal hier weiter, ich muss kurz mal weg! Bis gleich! So, da bin ich wieder, ich wurde kurz unterbrochen und... ...weite geht! Mal sehen... Die bringen mir ja Punkte ein... ...wenn man die anfährt... ...oder... ...wenn man die beschickt! Ich fahr noch mehr um... ...lalalalalala... Wasserarten! ... widz斿 っذihe... Charlie My 하는 Insider... ...zauq-zauq-zt-auq-stauq-stauq-stauq-stauq-stauq-stauq-stauq-stauq-stauq! Kaxler! Mach dem Weg vor! Moment! 1900... 1245... ...wenn du precisa! ... injury 2245... Scheiße. Hat sich das gelohnt? 1700. Ja, so ist in Ordnung. Ich bezweifle es. Bei Eggman läuft doch nie etwas glatt. Und wieder ein Rennen. Ice Mountain. Showdown-Rennen. Je mehr sie fahren, desto mehr Mega-Energie wird erzeugt. Von mir aus kann's losgehen. Okay, Eggman. Wir haben die Eggporn-Sphäre besiegt. Gib uns Dodo ein paar zurück. Sagte ich nicht? Zwei von drei Siegen? Nein, Chef. Hast du nicht. Ich bin mir aber sicher. Und du sei still, wertlose Blechdose. Ein Rennen oder Hunderte. Wir schlagen dich, Eggman. Ich bin mir sehr sicher, Eggman hat nichts von zwei Australien aus. Du sollst die Klappe halten. Und Zavod eliminiert diesen Egel für mich mit dem größten Vergnügen. Ich bin mir sehr sicher, Eggman hat nichts von zwei Australien aus. Du sollst die Klappe halten. Und Zavod eliminiert diesen Egel für mich mit dem größten Vergnügen. Möge Dir mögen wir uns. Jetzt würde gerne... Ich bewege dich im Gesundheits-Harbor, so wie bei Sonic Parts. Da habe ich dich auch. Triumph Emly bewegt. Ich brauche drei Sterne Gib mein Item Ich nutze deinen Windschatten Ja mein Windschatten, ja woher denn? Dann hab ich das denk doch schon Die Würfel weggeschmissen Brauch ich gar nicht Alter, ich bin fast im Scheinland gekommen So Aber ich bin gut vorwärts Ah nein, jetzt fahr ich genau da rein Spaß Ich war so siegessecher, aber es war genau der Scheiß Ich werde zerquetschen Gehen wir mal gegen Ich hatte nichts zu verlieren Außer meiner Würbel Vielleicht noch das Ja, da ist er Weiter mit Volker Feuer So Weiter mit mit örotastischem Garst. Und wir haben es eh recht. Von daher. 100 Sterne für den letzten Bereich? Wie Crank. 100 Sterne für den letzten Bereich. Echt klasse Leute! Ja wir machen noch so 5 Minuten und dann höre ich auch voll raus. Das war lächerlich. Da sind wir mal einer Meinung, Eggman. Jetzt lasst du doch ein paar gehen. Oh ja, was das mit drin. ... ... ... ... Alle 3 gerannten hier, plus der Schlüssel So, was muss man hier machen? Auch gespiegelt... Oh mein Gott... Auch noch gespiegelt... Oh Gott... Machen wir noch dieses Teamrennen hier und dann hören wir auch vorbei Okay, her mit dem Tanuki! Wir haben die Eggporns und Zawok besiegt! Das stimmt, aber ihr habt noch nicht meine Eggporns und Metal Sonic besiegt! Wusste nicht, dass das nötig war! Das muss man doch nicht erst sagen! Deshalb habe ich auch nichts gesagt! Das ergibt keinen Sinn! Vertraut mir! Das ergibt wirklich keinen Sinn! Auf geht's! Schauen wir mal hin, Vulkanro! Aaaaaah! Ich glaube ich hab's das auch Ich Metal Sonic, wenn wir bewegen Oder Metal Sonic Angefüllten Tempo, Schuh und Boost Kaufe Hepp Hepp Moschel Pjoing Hallo? Kann ich vielleicht helfen? Nee, du kannst eher abkommen und verschwinden Los geht's, danke! Fire Zeit für den Megatron Genau, den abgedrifften Turbo Nicht in die Lava Ich bin die Führungsposition Nein, ich könnte auch einen Rennlauf schwer machen, aber nö, das ist mir ein bisschen zu schwer, das mache ich dann primast damit Hier geht's nur um die Story Hier geht's nur um die Story Ach, nein Das war jetzt dumm von mir Ja, nicht in die Mitte Du bist nicht in die Mitte Ja, der Möchtler wäre Ach, ja, hm Ich bin das Möchtler Wodert Ich fand immer so diese 2D- und 3D-Somics irgendwie am besten in den Spielen. Ich weiß nicht warum. War schon immer irgendwie so, wenn wir schon alleine mit Sonic Adventure Battle.DX und Battle.2 schon alleine die Games haben einfach mir so die Hoffnung gegeben, dass ich ein wahrer Sonic-Fan bin. Schon alleine deswegen. Jetzt musst du mal machen. Der Nussmacht fehlt. Haha! Im Stau stehen es für Anfänger! In Fiiiih! Aber gerne doch! Ende ist nicht dabei. Nein, der Name fern. Pürfel! Der Schlafplatz! Green de la Creme! Creme de la Creme! Echt klasse, Leute! Sie haben dich besiegt? Wie ist das möglich, Metal Sonic? Gut, dass du nicht reden kannst. Worte würden mich jetzt nur noch wittender machen. Hmm... Ringhafter... Nö... Ich würde sagen, wir haben es heute auch. Wir haben echt viel gemacht. Wir haben heute... ...komplett das... ...sechste Kapitel absolviert. Wir müssen auch nochmal... ...gucken... ...was wir hier noch tun müssen, weil... ...wir brauchen anscheinend für das letzte Gebiet... ...100 Sterne, das heißt... ...wir müssen... ...ääh... ...33 Sterne irgendwo noch herbekommen, was... ...untopisch ist, aber... ...das ist nicht unmöglich. Und... ...da müssen wir noch eigentlich nichts machen. Auch schon alleine vom... ...ersten Kapitel an. Was ja schon... ...auf eine Weise echt heftig ist... ...auf eine andere Weise... ...mau doch erstmal gucken... ...wie es hier geht. Ja... ...das werde ich... ...höchstwahrscheinlich... ...habe ich mir überlegt... ...ich mach das etwas on screen, oder? Ja, hier muss ich erstmal rausfinden... ...wie das funktioniert... ...keine Ahnung... ...naja gut... ...ich hoffe es hat euch bisher gefallen... ...ähm... ...amnächstes Mal wird es schon die... ...vorletzte Aufnahme gehen... ...zu dem Spiel... ...und... ...ja... ...ihr habt ihr ja jetzt mitbekommen... ...ähm... ...da kommt nicht mehr viel... ...von Team Summit Racing heißt... ...wir sind schon... ...sagen wir mal... ...fass Richtung Finale... ...ja... ...trotzdem... ...wenn es euch gefallen hat... ...lasst ein Like da... ...ein Abo wäre es schon... ...und... ...eure Meinung... ...haut rein... ...und... ...sch... ...hatsch...